Yo, mein Lieben, zum Schabach und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute spielt wer ein bisschen Minecraft Skywars und heute nicht alleine, sondern an der Seite haben wir wieder ein Dismar und ein Hans-Jochen. Was hast du echt? Ich habe eine Iron-Chestplate bekommen und OH8-Eisen. Ey, Leute, ich habe da so ein gutes Gefühl mit der Runde. Dismar, du kriegst eine Brust, da kommen Gegner. Oh, 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 zur Base, zur Base, zur Base, zur Base. Zur Not machen wir den GLP. Nein, nicht schon wieder. Doch, Junge, das klappt immer. Oh Gott, da kommen echt mehrere. Ich glaube, wir müssen echt die ganze Lutz hier hochspringen. Was machen die da? Neber. Oh Gott, da ist er. Der ist gelandet. Oh mein Gott. Alter, was war das denn wieder? Oh mein Gott, Leute. Boah, Alter, will ich mich hier durchbauen, Leute? Bam, 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 zur Kiste. Boom. Oh, ich habe eine Enderperle. Ähm, ein Iron-Helm. Ähm, okay, okay, okay. Diamond-Boots, Gold-Leggings. Ich habe keine Brust. Ich habe keine fucking Brust, aber ich habe hier ein bisschen Stuff. Ja, die kommen. Die kommen immer da, wo man sie... Okay, aber die sind nicht sehr gut equipt. Oh mein Gott, nein. Okay, fuck, einen habe ich. Oh Gott, oh mein Gott. Ey, als ob sich der eine jetzt mit dem Wasser gerettet hat. Du kannst brush my hair. Hey, natürlich, hey, weh, weh. Das kommt rein. Ja, das ist schon. Wieso überhaupt keinen Spaß machen? Alter, ich bin der D-Abbauer auf dieser Map. Lol. Ey, Leute, kommt mal runter. Ich habe die absolute Strategie, wie wir sie so heftig überraschen können, dass die nicht mehr wissen, wer sie sind. Mir ist das früher nie aufgefallen. Siehst du dieses Loch da? Guck mal, davon. Welches? Doch. Ja. Da können wir uns... Es gibt Löcher. Da können wir uns einfach zu denen rüberbauen, ohne dass die es merken und denen so kurz im Prozess mit denen machen. Oben sind welche? Oben sind welche? Echt jetzt? Ja, über uns sind welche? Oh mein Gott. Ähm, ich versuch schon. Ja, Achtung, geh mal hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja, kommt gleich einer, safe. Ähm, okay, ich crafte mir mal mein Zeug zu Ende. Nee. Mann, du hast meine Strategie zerstört. Äh, Lava. Lava, plant ihr die da hin? Wo? In den Zwischenraum hier. Oh mein Gott. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Verdammt! Nein! Bau dazu, bau dazu, bau dazu, bau dazu, gewählt, gewählt, gewählt. Bau doch die Lava zu, mein Gott. Bist du tot, Anna? Nein, ich lebe. Ich bin doch keine Maschine. Alter, ich hab drei Enderperlen. Dann geb ich dir einen YouTuber. Komm, komm, Alter. Bester Mann. Bester Mann, oder? BING. And I was banging seven. Ja! Einen hab ich. Einen hab ich. No way! Ohohohoho. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ich hab den schon wieder gerackt, hat er. Ey, ich war grad so nervös. Es gibt hier den. Alter. Oh Gott. Oh, nice. Oh, fuck. Oh, der ist die feste. Der kann nicht. Der kann nicht. Was? Als ob er gewonnen hat. No way, man. Nee. Der hat so die Goldäpfel in sich reingeschluckt, Leute. Aber ich würde sagen, mit der Runde beenden wir das Video. Ich hoffe, das Video kostet nicht so eine Minute, weil überhaupt kein Gameplay, Leute. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann checkt mit einer Bewertung. Schaut in die Beschreibung. Ich verlinke das, was es zu verlinken gibt. Und da würde ich einfach mal sagen. Insta. Insta. Insta in der Videobeschreibung. Erster Link. Haut rein. Mach's gut. Und tschüss. Bye, bye.